Norddeutscher Rundfunk 2021 Meine Familie ist riesengroß. Ich bin Luise, bin zwölf, gehe in die siebte Klasse. Meine Hobbys sind Lesen, meinen kleinen Geschwistern spielen. Das Schöne einer großen Familie ist, dass wir immer so zusammenhalten. Ich habe sechs Geschwister. Das eine ist ein Junge und alle anderen sind Mädchen. Ich stelle euch alle mal kurz vor. Nein, 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 nein. Ich bin Johanna. Charlotte. Elisabeth. Magdalena. Caroline. Heike. Stefan und Matthias. Ein-, zweimal habe ich mir schon gewünscht, dass ich ein Einzelkind bin. Aber ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich kann nur glauben, dass es richtig langweilig ist. Weil man, naja, man kann es schon Action nennen, was wir hier so jeden Tag haben. Und das möchte ich halt nicht missen. Sechs richtige Plus Zusatzzahl, hat mein Vater gesagt. Ich denke, er meint damit, dass er uns halt gewonnen hat. Und dass wir so viel wert sind, mehr wert sind eigentlich, als so viel Geld halt. Wolltet ihr eigentlich immer schon so viele Kinder? Wir wollten immer mehr als zwei haben. Und wir haben immer gedacht, es fehlt noch mehr. Ich glaube, sieben ist gut. Ja. Auto ist voll. Ha. Wir kommen gut miteinander klar. Jeder weiß immer, was zu tun ist. Weil meine Mutter ziemlich genau. Meine Mutter ist so eine Art Heldin für mich, weil, naja, sie hat uns halt allen beigebracht, was Liebe ist, indem sie für jeden Einzelnen mal Zeit hat, immer zwischendurch. Also da bin ich schon ziemlich stolz drauf, dass sie auch genug Zeit für jeden hat von uns. Um, dann geht's. So, dann geht's. Danke, danke, danke. Untertitelung des ZDF, 2020